Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir sind immer noch, na, wir hätten noch lesen sollen, wir sind immer noch dabei, den einen Talisman zu suchen. Haben wir da noch anderes zur Verfügung? Ah ja, Sprengbolzen, na. Hier gibt es noch nichts direkt. Aber dann gibt es hier natürlich. Boah, haben wir sogar Schaden genommen, glaube ich. Okay, da ist wohl irgendein Gegner. Wieder so einer. Genau, hier hinten herum. Und jetzt sind wir da. Der Talisman, den wollte ich eigentlich haben, aber hier unten gibt es ja noch etwas zu holen. Aber wahrscheinlich ist es nur ein Rune-Arc oder so. Jupp. Ganz genau. Und das ist noch von dem Penner. Okay, schön, dann haben wir das auch. Jetzt bin ich noch ganz unvorbereitet, wo wir als nächstes hingehen sein. Und das hier ist fix ein Fall, richtig? Nö, doch nicht. Überlebt man sogar. So halbwegs. So halbwegs. Das ist wahrscheinlich Reikard. Das ist die Reikard. Gut, aber eh nichts Brauchbares. Ist sonst noch jemand hier? Oh, blockiert, okay. Das heißt, auch hier ist auch noch irgendwas. Okay, was haben wir da bekommen? Ich regeneriere LP beim Besiegen von Gegnern, okay. Und Raya ist weg oder was? Da hat sie auch verabschiedet. Blockierte Tür hier, das ist auch interessant. Da müssen wir eigentlich von der anderen Seite ja dann hinkönnen. Gibt es irgendwas da oben? Oder sind wir mit der Volcano Manner endlich fertig? Ohnsinn! Oh, es ist Magic. Once and for all. OK! Hmm. In Farmer Sula fehlt uns noch immer was, oder? Warte mal. Scheiße. Naja, stimmt, da fehlt uns noch der weitere. Der ist irgendwo in Farmer Sula. Hm, hier hätte man doch auch was machen können, oder? So ein Gebiet. Blödsinn, da müssen wir her. Aber wo könnte der wieder sein? Vielleicht gehen wir einfach nochmal von Anfang an durch, beziehungsweise schauen wir mal dann in die andere Richtung. Ha! Okay, dann hat's gekriegt. Okay, dann geht's. Okay, dann geht's. Weil ist hier drüben wirklich nichts. Das Problem ist, man kommt ja dort nicht mehr nach oben. Das geht ja dort auch nirgends hin. Kaum zu glauben, dass dort nichts sein sollte. Das ist nur noch die Arena, in der wir gekämpft haben. Okay. 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 Let's go. Okay. 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 Gut, da geht's nur noch unten, da waren wir schon. Hey, hier waren wir noch nichts. Ich habe schon gesehen, da hinten liegt irgendetwas. Da hinten ist irgend was. Ich habe schon gesehen, da hinten ist irgendetwas. So, was haben wir hier? Damit können wir unsere Mimiktier aufs letzte Level bringen. Bam, Mist! Oh! Da ist der Zauberer. Oh, okay. So willst du spielen, ne? Und wir sind gleich tot, wir sind gleich tot. Ho, 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 ho. Pfff! Pff! Junge! Das hat ja auch in die Hose gehen können. Da ist noch einer. Kann man den Treffen von hier aus. Das geht sogar. Macht nur leider einfach null Damage. Und der haut einfach ab. Okay. Auch spannend. Schauen wir mal, wann wir da hinkommen. Oh, hier kommen wir hin. Ah, da sind wir, ja. Da müssen wir woanders hin, damit wir auch oben sind. Aber hier sind wir zu weit unten. Da müssen wir hin. Richtig. Richtig. Hier sind wir richtig. Oh, yeah. Ja. Das kann was. Okay, aber zu wenig leider für die hier. Oh. Oh. Also ja, bei allen anderen können wir das machen. Mit den großen fetten hier nicht. Mist. Hat der auch überlebt. Die halten geradezu viel aus. Oh, das ist wieder so ein großer. Oh, der hat eine Reichweite, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die haben vielleicht nicht zu machen. Na, ja, ja. So, der Scheiße. Oh, oh. One hit. Toll. Es wird so viel einfacher gehen, wenn wir, äh, wenn wir die Rings of Light hätten. Was sowieso aussieht, kriegen wir die nie. Oh, okay. So, der Drache ist wieder da. Aber Freunde, das machen wir jetzt im nächsten Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oder auch nicht. Shit. Okay, dann schauen wir mal, wo wir den erwischen. So nicht. Gut, dann machen wir das jetzt noch. Oh, oh. Hey, 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 hey. Shit. Muss ich das noch durchmachen? Haut er jetzt ab, oder? Nope, er haut nicht ab. Okay. Scheiße, wir haben keine Chance gegen den. Es war so typisch. Es war so typisch. Es war so, so typisch. Eh klar. Toll. Ja. Ich beende mal den Part lieber hier. Das war eine. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hurciś, ja. Airaszinale. Schozerine. war.